Also, bei mir funktioniert das einwandfrei. Die Möpse werden größer. Okay, also nochmal. Du nimmst zwei Finger, klickst mit beiden drauf und ziehst sie auseinander. Also die Finger. Okay, also klick drauf und dann zieh die Dinger größer. Mindestens auf C-Körbchen. Ja, was glaubst du denn, was ich die ganze Zeit mach? Das klappt nicht bei dir. Vielleicht musst du sie erst markieren? Markier mal. Scheiße. Versuch mal Doppelklick. Doppelklick oder Rechtsklick und dann markieren. Doppelklick geht auch nicht. Scheiß Technik. Nie klappt was.